Das Wiesen-Lächeln 2019 wird präsentiert von Dr.Smile, Deutschlands Experten für gerade Zähne. Hallo, so sympathisch siehst du. Entschuldigung, erschrecken wollte ich dich eigentlich nicht. Hallo, was bringt dich heute zum Lachen? Du bringst mich heute zum Lachen, weil du mich so erschrocken hast. Nein, ich bin heute mit Kollegen auf der Wiesen und gutes Bier und Händel, gute Musik, das bringt mich zum Lachen. Aber ihr seid jetzt schon wieder auf dem Heimweg? Nein, nein, wir gehen jetzt in die Ochsenbratereien. Ach so, schön. Genau. Und wie bringst du die Leute zum Lachen? Wie bringe ich die Leute zum Lachen? Ich hoffe, mit meiner guten Partylaune trotz Wiesengrippe kann ich heute trotzdem gut feiern und halte gut durch. Trotz Grippe bist du heute hier? Ja, ich bin das vierte Mal heute schon und als Münchnerin gehört das dazu und dann muss man halt auch den Schnupfen wegstecken. Aber so muss es sein. Stimmt, als waschechte Münchnerin muss man trotz Grippe auf die Wiesen gehen, gell? Ja, da hilft ja nichts. Also genau, so ist das. Kannst du mich noch einmal in die Kamera lächeln? Ja, danke. Ich freue mich noch in die Kamera. Sehr gut. Danke.